Hallo Hundesportfreunde, wir sind heute in Neufelden und dürfen hinter die Kulissen von Docksworld schauen. Dranbleiben! Wir stehen jetzt schon mitten im Geschäft der Firma Docksworld und neben mir ist der Ralf Leitner. Hallo Ralf, danke, dass wir kommen durften. Hallo Michi, freut mich sehr, dass ihr uns ausgeschöpft habt, dass wir da mit dabei sein dürfen. Uns freut es auch sehr. Jetzt gibt es ja die Firma Docksworld nicht erst seit gestern. Vielleicht magst du uns ein bisschen was über die Entstehung erzählen? Auf jeden Fall, unsere Firma gibt es seit 2001. Vor über 20 Jahren haben wir die Firma gegründet, meine Frau und ich. Damals rein zum Thema Hundesport, ich kann mich erinnern, die ersten Beißwürste, die wir verkauft haben, ich sehe es heute noch vor mir. Jetzt sind wir in einer viel größeren Vielfalt mittlerweile, beziehungsweise sind in diesem Thema Hundesport natürlich noch viel, viel weiter eingedrungen. Genau. Okay, die Firma gibt es jetzt schon seit 2009, du wirst allein mit deiner Frau angefangen haben und seid ihr natürlich gewachsen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wir sind mittlerweile 19 Personen mit 34 Hunden im Haus. Also bei der letzten Hundezählung haben wir 34 Hunde gehabt. Auf das sind wir sehr stolz. Wir wissen, von was wir reden. Wir haben selber wirklich auch Hunde. Genau. Und was würdest du jetzt sagen, ist dein Hauptgeschäft? Hauptgeschäft, wie soll ich das sagen, das gliedert sich in unterschiedliche Bereiche. Das eine ist Tiernahrung, Belkando, das sind wir in Österreich. Das andere ist Zubehör. Und da haben wir von vornherein schon einen relativ großen Fokus gelegt auf Spezialartikel. Unsere Hundeboxen, Hundezwinger und lauter so Sachen, die nicht alltäglich sind, die aber sehr wohl auch benötigt werden. Und da ist uns auch ganz, ganz wichtig auf die Qualität zu schauen, beziehungsweise darauf, dass das Ganze einen Sinn hat. Ich wehre mich nach wie vor dagegen, gegen Artikel, die keinen Sinn haben. Es muss schon ein bisschen eine Qualität und ein bisschen mehr drinnen stecken, so dass der Hund auch wirklich was davon hat. Wenn ich mich jetzt so anschaue, schlag dir mein Hundesportlerherz gleich viel höher. Was habt ihr jetzt alles im Geschäft? Und vor allem, wann ist der beste Zeitpunkt zum Herkommen, also die Öffnungszeiten? Also der beste Zeitpunkt ist jederzeit. Das ist überhaupt kein Thema. Die Türen stehen offen von neun bis zwölf und von 13 bis 18 Uhr. Von Montag bis Freitag und Samstag auch noch da von neun bis zwölf. Wir haben angefangen vom normalen Schweinsohr bis hin zum Hundeanhänger in der Perfektion. Alles da zum Angreifen. Das ist uns ganz wichtig, dass man das Ganze auch wirklich nicht am Prospekt sieht, sondern wirklich da angreifen kann und einmal ein bisschen reinschnuppern und ist das was oder ist das nichts. Genauso sind wir aber online unterwegs und versuchen dann natürlich täglich Pakete direkt dem Kunden zuzustellen. Wenn wir beim Thema Onlineshops sind, ich habe da was ganz Neues, nämlich den Boxenkonfigurator. Magst du uns den vielleicht einmal zeigen? Ich würde fast sagen, eine Weltneuheit. Hundeboxen gibt es viele. Aber wirklich eine individuelle Hundebox in einer Premiumqualität, die so ist, wie es wirklich braucht. Mit Lade, mit Stau, mit Notausstieg, mit Türdämpfer. Das ist sehr einzigartig, wenn ich das direkt auf unserem Bildschirm oder beim Bildschirm zu Hause, sorry, da stehen kann. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal live an. Perfekt. Ja, wie gesagt, unser Onlinekonfigurator, ein Meisterstück würde ich fast ein wenig sagen, das Ganze. Wir sehen da, wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten, können die Box individuell drehen, größer, kleiner, wie auch immer. Ja, oder natürlich auch, ich würde jetzt anfangen, das Ganze zu konfigurieren. Ob Doppelbox, Dreierbox, unterschiedliche Lüftungsstäbe, ja. Oder natürlich auch die Maße, ja. Ich übertreibe da jetzt gerne einmal, individuell anpassen, ja. So, dass das Ganze auf einmal 90 Zentimeter hoch wird, ja. Und vielleicht auch die Gerade, da unterschiedlich darstellen, eben auf 90 Grad, zum Beispiel hinten oder vorne, ja. So, dass das durchaus eine schöne Homebox, eine Box für einen VW-Bus durchaus darstellt, ja. Ähm, vielleicht schauen wir uns jetzt einmal das an, wie die dann auch geschaffen werden und wie die ausschauen. Also, ich glaube, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt herzuhangen können. Wir haben wirklich die Werkstätte vor Ort. Schauen wir, machen wir einen Blick rein, schauen wir, auf was drauf angeht bei der 200 Box. Jetzt sind wir da schon bei ganzen nagelneuen Boxen. Ralf, was kannst du uns da erzählen? Ja, wir sind da im Versandbereich, wo wir da unterschiedlichste Boxen da haben. Auf was kommt es drauf an bei der 100 Box? Ich glaube, dass das zentrale Thema, das Profil ist, das muss stark sein, ja. Es muss erinnern dem haben, wir müssen das verschrauben können, ja. Wir müssen das schneiden können, sodass wir da einfach wirklich ohne Kunststoffverbinde arbeiten, ja. Das ist ein ganz zentrales Thema, weil sonst kriegen wir die Steifigkeit nicht rein, ja. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir das wirklich sauber verarbeiten, wenn man da drüber fährt. Also das passt einfach. Wir arbeiten das wirklich alles auf CNC. Man sieht da eingelassene Schrauben, ja, die was einfach weg sind. Aber auch natürlich, es geht daheim, dass das Ganze wirklich nicht nur formschön ausschaut, sondern auch wirklich stabil ist. Wir vernieten das alles, beziehungsweise verschrauben alles. Und unsere Platten, ja, das hört man, die haben den Klang. Das ist Wahnsinn, ja, also die müssen eingeklebt sein. Und so sieht man eben die Box ganz individuell, hört es da einseitig schräg oder in einer riesen Form, wie es hier lebt. Ich weiß nicht, welcher Hund da reinkommt, aber der hat auf jeden Fall Platz da drinnen. Schaut schon fast nach einer deutschen Tobi aus. So ist es, genau. Okay, und jetzt wird es ja natürlich noch extrem interessant sein, wie halt so eine Box entsteht und was für Maschinen da dazu gehören. Zu diesem Thema schauen wir raus in unsere Werkstätte. Da ist die Tür dazu. Bitte sehr. Perfekt, auf geht's. Ja, wir sind jetzt da mitten im Herstück schon bei der Werkstätte. Wir sehen da vor uns eine Kreissäge. Vielleicht nicht im ersten Blick erkennbar, aber wir schneiden auf dieser CNC wirklich die Platten, ja. Ob Aluplatten, ob Holzplatten, ob Kunststoffplatten, ob Vinylharzplatten, wirklich aufs Hundertstelmaß genau zu. Und genau auf das kommt Frau Vau. Diese Platten müssen passen. Ansonsten wird man beim Fahren immer wieder ein Geräusch haben. Und bevor wir diese Maschine bekommen haben, haben wir das auch immer nicht geglaubt. Es liegt wirklich in der Passgenauigkeit. Wie wird es jetzt weitergehen beim Bau? Weitergehen wird das Ganze natürlich auf der Fünfachsmaschine, wo wir die Aluprofile bearbeiten, beziehungsweise am Grobzuschnitt für die Aluprofile. Ja, hier sind wir beim Grobzuschnitt unserer Profile. Ganz, ganz wichtig. Da geht es auch schon um Genauigkeit. Deswegen haben wir auch hier bereits alles auf CNC umgestellt und das Ganze fährt da wirklich heran. Die Daten kommen alles natürlich vom Büro aus. Wir machen da einen Schnitt. Das passt. Das ist das Schöne. Das passt wirklich bis hin zum Aufkleber. Der Aufkleber, der was da drauf kommt, den brauchen wir dann für die nächste Maschine. Auf der Fünfachs geht es weiter. Da geht es weiter auf unserer Fünfachs CNC. Hier werden wirklich passgenau die ganzen Löcher gefräst, die ganzen Bohrungen gesetzt, beziehungsweise die exakten Winkel drauf geschnitten. Das Werkstück ist gespannt. Das Ganze geht los natürlich, alles mit Sicherheitseinrichtungen. Anders funktioniert es nicht mehr, weil das Teil da drinnen durchaus auch ein bisschen schnell fährt. Und so kommt einfach wirklich der ideale Winkel auf die Hundebox drauf. Hier ist das Rohprodukt schon eigentlich ziemlich weit. Und wir können sagen, wir gehen mit diesem Teil zum Zusammenbau. Ralf, jetzt schaut das schon nach einer Hundebox aus. Wie geht es jetzt weiter? Ja Michel, wie man unschwer erkennen kann, hier fehlt nur die Seitenwand. Es ist da wirklich jetzt bei der Montage, bei der Finalisierung, wir sehen schon alles fertig gebohrt. Es werden da noch alle Schlösser eingebaut. Es werden noch alle Platten eingeklebt. Es wird noch gereinigt. Es werden die Türen noch gemacht. Aber wir sind eigentlich schon fast am letzten Schritt vor dem Versand mit diesem Teil. Wir haben jetzt schon gesehen, wie so eine Hundebox entsteht. Aber das ist ja nicht das Einzige, was hier geschaffen wird. Sondern hier entstehen auch Hundesportgeräte. Und welche? Sagt uns jetzt noch der andere. Ja, Michael, das ist relativ schwierig. Wir machen da wirklich von Wies für den Hundesport. Ja, Docsworld, so heißen wir. Ob das eine IGB-Wand ist oder eine Breitensport-Wand, ob das ein Agility-Tunnel ist, ob das eine Rettungshundeleiter ist, ob das ein Hundezwinger ist. Hier herum in der Handwerkstatt, so nennen wir das Ganze auch, werden die Produkte da wirklich von unseren Mitarbeitern genau produziert. So wie wir glauben, dass es wirklich ideal ist. Damit die Produkte auch dorthin gehen, wo sie hingehören, nämlich zu den Kunden, muss das alles verpackt werden. Ralf, wer macht das normalerweise und wie läuft das ab? Ja, man muss natürlich sagen, jetzt habe ich mir die ganze Zeit mit fremden Fähnen geschmückt. Wir haben lauter Top-Mitarbeiter, die die ganzen Abläufe bzw. die ganze Technik perfekt beherrschen. Hier geht es wirklich nur zum letzten Schritt zur Verpackung. Natürlich auch da mittlerweile alles individuell ein bisschen automatisiert. Wo wir die Produkte dann wirklich am schnellsten Weg per Spedition oder per Post zu unseren Kunden nach Hause transportieren. In diesem Sinne freuen wir uns auf eure nächste Bestellung. Jetzt haben wir schon einiges gesehen und wir sind am Ende unserer Führung. Jetzt wird es uns aber natürlich noch interessieren, welche Ziele hat die Firma Doxworld? Wo soll es hingehen? Was darf passieren? Also eines kann ich schon verraten, es passiert sehr, sehr viel in den nächsten Zeiten. Wir haben ganz viele Pläne. Wir sind auch schon bei gewissen Sachen, gerade was Boxenlüftung bedeutet, schon ziemlich weit vorgedrungen. Und werden nächstes Jahr im Frühjahr ein Highlight vorstellen. Das darf ich schon einmal ankündigen. Wir planen natürlich auch, wir platzen aus allen Nähten. Ihr habt das jetzt gerade gesehen. Wir müssen ein weiteres Lager aufstocken. Auch das wird anstehen in den nächsten ein, zwei Jahren. Und natürlich unsere Mitarbeiter. Wir haben ein gutes Mitarbeiterteam. Wir sind aber nach wie vor auf der Suche nach wirklich interessierten, engagierten Leuten, die etwas sagen, das Thema Hund interessiert mich. Nein, sage ich danke Ralf. Wir haben uns wirklich gefreut, dass wir uns das anschauen haben dürfen. Vielen Dank für euren Besuch. Und das Wichtigste, viel Spaß mit dem Hund in Zukunft und jetzt. Das war es jetzt von der Firma Doxworld. Und natürlich könnt ihr jetzt noch in der Videobeschreibung alle Links finden zum Onlineshop, zum Boxenkonfigurator, zur Facebookseite der Firma Doxworld. Und natürlich würde es uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich hier oder hier noch schauen. Bis dahin, euer Michael von Hundesport und Co. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns mit unserer Zeit. Tschau. Bis zum nächsten Mal.